Hey Leute was geht ab? Euer PAX United ist am Start und heute habe ich hier 5 Sticker Tütchen der Bundesliga Saison 2010 2011 für euch am Start Auf jeden Fall, ja, nicht lange schnacken würde ich mal sagen Machen wir das erste Tütchen auf, natürlich vorsichtig öffnen Weil ich hab davon schon ein paar Sticker zerrissen Muss ich ehrlich sein Ja Was ist das hier? Das war ich jetzt aber definitiv nicht Okay, Fail hier würde ich mal sagen Da sieht man auch hier das Zugenähte oder Zugeschweißte Besser gesagt Wie viele Sticker sollten hier eigentlich drin sein? Ich hab hier 5 drin und es sollen 5 Sticker drin sein und ich hab hier 5 Sticker und ein Viertel Sticker Also 5, ein Viertel Sticker habe ich hier in dem ersten Tütchen drin Nehmen wir auf jeden Fall Makoto Hasebe vom VfL Wolfsburg Und das ist cool an der Serie Auf jeden Fall geht's weiter mit Ruben Okocie von Nürnberg Hanno Barlitsch, Leverkusen, dann das VfB Stuttgart Logo Und dann noch die Trikots vom FC Bayern Münchenheim und Auswärtstrikot Auf jeden Fall habe ich ja das Sticker Album geschenkt bekommen von einem Abonnenten Und ich werde jetzt demnächst alle Sticker mal einkleben und dann kommt von dieser Serie Ein Sticker Album Update bzw. ein Mappen Update Genau, das wollte ich nochmal loswerden, machen wir weiter mit dem zweiten Tütchen Und da habe ich den Sticker leider einen kleinen Riss mitgegeben Vom Ilkay Gündogan hier Aber macht ja nichts, Ilkay Gündogan Nürnberg, dann Marc van Bommel Mit einer goldenen Unterschrift, ok, wahrscheinlich weil er Kapitän war früher, kann das sein? Ich glaube schon Marc van Bommel, dann Kaiserslautern Logo Cicero von Wolfsburg Giri Bilek Der letzte Spieler von Kaiserslautern Weiter geht es dann mit dem dritten Stickertütchen Wie gesagt, es sind immer vier normale Ok Ich wollte es eben sagen, dass immer vier normale Sticker drin sind und ein großer Sticker Und jetzt habe ich hier zwei große Sticker drin Also Tops, was macht die da? Mich freut es natürlich Philipp Park, Freda SV Werder Bremen und Hannover 96 Mannschaftsfoto Dann haben wir hier noch vier normale Sticker Vier kleine Sticker, nämlich Bastian Okschipka Spielt jetzt nicht bei Hamburg Oder? Ich glaube schon, oder? Oder bei Frankfurt? Frankfurt Ähm, St. Pauli, ich weiß es nicht genau Nimmt es mir auf jeden Fall nicht übel Patrick Oks Ähm, von Frankfurt Dann Schatli, Amri, Kaiserslautern und Matthijsen Vom Hamburger Sportverein Weiter geht es mit dem vorletzten Stickertütchen Da haben wir Patrick Herrmann Als Ingame-Sticker so gesagt Dann Benedikt Höbel, das wie er früher noch aussah hier Mann, oh Mann, oh Mann Richtig Ja, richtig jung noch Colin Benjamin David Yarulim Und Erwin Hofer Von Kaiserslautern So, dann sind wir auch schon beim letzten Stickertütchen angelangt Mal schauen, was wir da jetzt noch so ziehen Ich hoffe mal natürlich noch auf einen glänzenden Sticker Die sind wirklich Seltener als Keine Ahnung was Weil ihr habt ja gesehen Einen glänzenden Sticker hatte ich Ne, zwei glänzende Sticker hatte ich hier drin In fünf Stickertütchen Heutzutage hat man ja fast in jedem Stickertütchen glänzenden Sticker drin Borussia Dortmund Von Mannschaftsfoto Heinz Müller Mainz 05 Von Freiburg Johannes Flum Sebastian Brödel SV Werder Bremen Und Jaroslav Drobny Von Hamburg Ja Leute, das waren die fünf Stickertütchen Mir hat es wieder Spaß gemacht, diese zu öffnen Ich habe jetzt auch gleich Spaß daran, diese Sticker natürlich noch einzuklemen Ich habe hier bestimmt noch so einen Stapel hier zu liegen Die werde ich jetzt gleich mal alle einklemen Und dann kommt das Mappen-Update Ja Freitag, Samstag, keine Ahnung wann das kommt Auf jeden Fall kommt morgen auch ein Mappen-Update Von einer schönen Star Wars Serie Freut euch drauf Ich bedanke mich denn fürs Zuschauen Haut da rein Euer Pex und Einer des Raus Tschüssikowski Und Ciao